Ich glaube, da kommt immer schon die nächste auf der Mittelfach. Und dann kommt das Klingeln und dann ist das der. Moment noch. Obwohl, eigentlich jetzt, bevor es anfängt mit Klingeln. Oder müsst ihr gar nicht hier hoch? Müsst ihr hier hoch, oder? Oh, okay, gut. Nein, weil das wackelt nämlich immer. Wester. Weg. Einfach rein. Einfach reinstecken. Wenn es klingelt, dann fängt es erst an, oder? Dann fängt der Korn an. Okay, das heißt, davor schon filmen oder davor? Also richtig ist das so, dass du schon vor dem ersten Korn ansteckst. Gut. Ja, eben gut. Wo ist sie da hinten? Da ihr hier keine Videowands habt, ist das nicht so normal. Gut. Ja. 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 Es wird eh kaum Zuschauer da. Ja. Krass, die Klawatten, die hier anhaben. Beim Klingeln fängt erst der Countdown. Hier sind die Dauerwirtunner vielleicht für 45 Sekunden Countdown. Oder sie haben 45 Sekunden Zeit für die Lichtstrange zu lösen. Okay. Ja. 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 Auch wenn man von hier echt schlecht sieht. Wegen den Bäumchen. Ja. 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 Schau mal. Hast du das gesehen? Ja. Du ziehst das Stativ rüber. Und dann rutscht's. Ja. Und das ist scheiße. Sollen wir uns was überlegen? Ja. Wir brauchen Spax. Die Silikondinger werden vorgelegt. Frag ihn mal, ob er Spax hat. Spax? Was ist Spax? Schrauben. Achso. Schrauben? Ja, man. Dann schrauben wir das Ding an. Christian! 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 Ja, bitte. Darf ich lauter reden? Christian! Ja, der entleert sich gerade im Wartenden Fuß. So, so machen wir. Nach Hause telefonieren. Ich kann es noch wieder lehnen. Ah, schon vorbei? Nee. Noch? Hä? Klar, man. Ich schick's nicht ganz wenig. Christian! Ähm.